Die Nürburgring-Nordschleife ist die legendärste, härteste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Die Messlatte liegt sehr, sehr hoch. Gerade bei dem Projekt war es unser Anspruch, den Rekord leicht zu knacken. Als ich das erste Mal im Auto gesessen habe, hat man gleich gespürt, was für ein Potenzial das Auto hat. Wahnsinn! Ich war echt glücklich, dass da wirklich diese Zeit stand. Wahnsinn, dass das funktioniert hat.